Das Fundament steht bereits. Der Baumeister arbeitet schnell. Zu schnell. Das sieht nach dem richtigen Ort aus. Wirklich. Zwerge würden Rätsel... Da ist der Samen im felsigen Griff des Berges. Vielleicht befreit ihn etwas Hitze aus der Umarmung. Die Saad wird keine Wurzeln schlagen, wenn ich sie nicht wässere. Ich muss Ewaldi die Wurzel besorgen, bevor sie zu fest sitzt. Es gibt keinen höheren Gipfel als diesen. Mal sehen, was du damit anfängst, Ewaldi. Mal sehen, was du damit anfängst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.